Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit den latanamerikanischen Nationen und der Solo-Sieg-Challenge. Wir haben Tag Nummer 6 und wir stehen auf Rang 1 mit 65 Punkten. Und wir haben Puerto Rico eingenommen. San Juan ist unser. War aber eine wirklich schwere Schlacht. Wir haben gerade mal 5000 überlebende Truppen. Das ist nicht viel. Das war ja ursprünglich die ganze Armee, die hier auch Kuba und Haiti und die Dominikanische Republik eingenommen hatte. Also das sind also jetzt die einzigen verbleibenden Einheiten. Nicht viel, aber die Kampagne war auch lang und sie war ja auch erfolgreich, von daher ist das okay. Hat aber schon wehgetan und auch ziemlich unsere Truppen ein bisschen gedrückt. Also wir haben jetzt immer noch keine 100.000. Hat noch ein bisschen sich verzögert. Eben wegen dieser großen Verluste und eben auch, ich glaube, zwei oder drei Kavallerie-Einheiten, die wir da verloren haben. Also es ist nicht ideal, aber das ist, denke ich, den Preis wert gewesen, denn jetzt haben wir so viele Provinzen, dass es uns wirklich sehr gut geht. Der Plan für Jamaica, der steht auch weiterhin. Wir sammeln Truppen in Puerto Cabezas, die 12. Kavallerie-Division, bestehend aus zwei Kavallerie und bald dann 18.000 Infanterie, die wir dann vermutlich morgen Abend loslegen und dann Georgetown angreifen. Und dann werden wir hier drüben mit überlebenden Truppen aus dieser Armee plus neun Einheiten aus den Karibikgebieten dann eine weitere Armee bilden und dann Jamaica selbst hier Kingston angreifen. Und ich denke, dann werden wir auch vermutlich übermorgen die gesamte Karibik hoffentlich besitzen, minus Nassau und den Inseln hier unten. Das heißt, wir werden ziemlich gut dastehen und hoffentlich dann auch bis dahin unser Essensproblem endlich gelöst bekommen. Denn wir haben es bereits fast gelöst. Wir haben bereits ein kleines Plus im Getreide. Das habe ich gemacht, weil aktuell Fisch deutlich billiger ist als Getreide und damit auch besser nachzukaufen ist. Ist trotzdem teuer. 8,9 ist kein leichter Preis, eher sogar 9,6. Also schon wirklich teuer, aber immer noch besser als dann Getreide für 12,13 nachzukaufen. Aber wir haben es ja fast. Wir sind ja fast schon in einem Plus hier drüben. Wir können auch jetzt Getreide verkaufen. Das ist das Schöne. Würde ich auch gleich mal machen eigentlich. Wir verkaufen mal irgendwie 1.000 Getreide. Für 11.000, das ist nämlich gut. Und dann werden wir jetzt alles sparen, was wir haben und versuchen, möglichst wenig Nahrung zu kaufen. Denn wir müssen uns vorbereiten auf Tag 8. Der steht bald an, bereits morgen. Und dann müssen wir ready sein, um ich denke mindestens 4 Fabriken bauen zu können. Ich denke 4 Fabriken sind nötig, weil wir eben an so vielen Fronten kämpfen werden müssen. Und wir müssen uns einfach stärker aufstellen. 2 werden nicht reichen. Ich denke auch, dass wir genug Ressourcen haben, um mehr als 2 zu befeuern die ganze Zeit. Wir haben eine sehr gute Stahlproduktion, 423 pro Stunde. Wir haben auch Holz, 240 pro Stunde. Öl haben wir in Massen. Also ich denke, das geht. Ich denke echt, das geht. Und die Moral steigt ja auch weiterhin. Das heißt, die Produktion wird noch besser werden. Ich denke, wir können uns auf jeden Fall 4 Fabriken leisten. Mindestens. Der Grund, warum ich 4 sage, liegt übrigens daran, dass wir insgesamt hier 4 Level 2 Werkstätten besitzen. Ich glaube, in León ist noch eine, aber das ist nur eine Einzelprovinz auch. Ich habe überlegt, ob ich hier oben eine noch bauen soll. Die anderen 3 kommen hier unten hin nach Bemopan, San Salvador und hier drüben. Das heißt, hier oben kommt noch eine hin. Mal schauen, wo. Wir könnten auch Mexiko stattnehmen. Dann kostet es halt noch mal extra mit den Werkstätten. Das ist der Punkt. Aber das ist ja eigentlich nicht so viel. Das wären dann gerade mal 1000. Das wäre schon zu stemmen, denke ich. Ich will nur eben echt dies Jahr gehen, dass wir wirklich alle bauen können. Denn wir werden wirklich viel Artie brauchen. Wir müssen nämlich sehr schnell hier oben angreifen in den USA. Das wird passieren müssen bis Tag 15, denke ich. Wir müssen einfach schnell expandieren. Und wir brauchen aber dringend auch gleichzeitig noch mindestens 2, 3, 4 Arties hier unten, um den Panama-Kanal zu schützen. Und das ist so ein bisschen schwierig, da jetzt eine Balance zu finden zwischen den Produktionen und wo wir dann hinstellen sollen. Denn wir haben nicht so viele Mittel. Wir haben jetzt nicht die größte Armee, aber wir haben große Koalitionen gegen uns. Das macht es leider sehr schwierig. Übrigens bezüglich Südamerika. Bogotá ist gefallen, aber Monteria noch nicht. Und da bin ich gerade wirklich sehr am Kämpfen, mit mir das nicht einzunehmen. Denn das ist eine Fischprovinz und die brauchen wir dringend. Und aktuell stockt der Vormarsch von Ecuador so ein bisschen. Die haben heute noch nichts gemacht. Venezuela, auch mit großen Verlusten, kann aktuell nicht Kukotá einnehmen. Das heißt, ich denke, dass da jetzt gerade die Chancen ganz günstig stehen, dass wir Monteria angreifen und auch halten könnten. Denn ich denke nicht, dass die hier irgendwie sich was vormachen und denken, dass sie uns bekämpfen könnten. Sie haben riesige Verluste gehabt, über 120.000 inzwischen. Das heißt, die sind noch lange nicht fertig hier und noch lange nicht stark genug, um uns irgendwie angreifen zu können. Besonders nicht ohne Artillerie. Wir haben hier eine sehr gute Position in Panama Stadt mit einer Level 4,5 Festung oder Level 3,5 genau gesagt. Das heißt, wir sind hier wirklich gut aufgestellt und ich denke daher, dass wir sicher sind. Egal was passiert, sie würden uns angreifen, sie würden komplett zerstört werden, auch wenn dann eben Monteria wieder fällt. Wir hätten es zumindest mal kurz gehabt und könnten damit dann den Fisch so ein bisschen auf ein Fast Plus bekommen und noch ein bisschen Fisch erbeuten und müssten dann damit fürs Erste nichts mehr nachkaufen. Das wäre meine Hoffnung. Ich würde es eventuell mal versuchen. Ich schaue mal noch, ob heute noch was kommt von hier, ob die sich heute schon trauen anzugreifen. Wenn nicht, dann werde ich das, denke ich, vermutlich später machen, nach Tageswechsel. Einmal Monteria angreifen, einmal die Provinz erobern und dann eben diesen Fisch mal mitnehmen. Mal schauen, wie lange es hält. Es kann ja auch sein, dass die Provinz dann direkt angegriffen wird. Dann müssten wir eben Panama Stadt halten. Das will ich auch eigentlich nicht, weil ich vermeiden möchte, dass wir diesen Moral-Malus bekommen durch einen größeren Krieg mit denen hier. Denn wenn sie wollten, könnten sie uns alle den Krieg erklären und dann unsere Moral echt treffen. Das wäre sehr, sehr schlecht für uns. Das heißt, ich will so ein bisschen versuchen, noch hier diplomatisch fortzugehen. Aber es muss ja allen klar sein, dass ein Krieg kommen wird. Also von daher, ich denke mal, die machen sich da auch nichts vor. Wenngleich ihre Koalition ja ziemlich große Probleme hat. Also Bolivien kriegt ordentlich auf die Schnauze von der Amazonas-KI. Ecuador hat Hochverluste gehabt gegen Kolumbien. Und Venezuela hat fast kein Militär mehr. Also die hier oben, die haben schon keine so gute Zeit. Brasilien habe ich keine Ahnung, was die machen. Die haben jetzt die KI eingenommen hier oben. Die warten jetzt wohl. Da ist noch nichts Beeindruckendes. Ein Hafen in BLM. Das heißt, da wird vermutlich auch noch eine Fabrik kommen. Soweit noch keine Eisenbahn oder dergleichen. Aber die werden auch gar nicht fertig bislang, glaube ich. Unsere erste kommt ja erst jetzt auch hier in einem Tag in Salina Cruz. Und Argentinien, die haben hier Uruguay besetzt. Das muss wohl heute passiert sein. Habe ich gar nicht mitbekommen. Und die werden vermutlich dann noch hier unten Punta Arenas angreifen. Und dann noch die Falkland-Inseln. Ich nehme mal an, die haben auch ihre eigenen Pläne. Obwohl ich davon ausgehe, dass die vermutlich sich hier Bolivien nehmen werden. Denn so wie es Bolivien gerade geht, sind die eigentlich kein LR mehr. Die helfen nicht mehr wirklich viel. Und ich gehe davon aus, dass die sich hier Bolivien aufteilen werden. Aber das werden wir dann sehen. Also jedenfalls, die haben aktuell nicht die beste Zeit. Da laufen Dinge nicht ideal. Das heißt, wir sollten eigentlich mega safe sein. Also ich mache mir militärisch keine Sorgen. Nur eben von einem Wirtschaftskrieg. Das wäre nicht ideal. Das heißt, ich will so ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich denke, Monteria können wir uns schnappen. Genau. Ansonsten gibt es in der Welt News. Und zwar ist die Ukraine, ja keine Ahnung, weg, glaube ich. Also es ist schwer zu sagen. Norwegen nimmt hier größere Teile ein. Polen ist auch da. Hier drüben ist jetzt Russland. Das ist fast weg. Archangelsk greift nicht ein, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist alles sehr merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, wer hier gewinnt und wer nicht gewinnt. Ich glaube, Norwegen gewinnt. Was für uns nicht ideal ist. Denn die haben jetzt bereits 35 Provinzen. Das ist viel. Und das werden wir jetzt erstmal nicht erreichen können bis Tag 15. Denn wir werden keine größeren Gebiete mehr einnehmen können. Vielleicht drei Provinzen mit Jamaica, Georgetown und Monteria. Das war's. Also wir werden erstmal nicht mehr auf Platz 1 kommen, was das angeht. Aber ich hoffe, wir können Platz 1 im Ranking behalten. Das wäre toll. Denn da gehören wir am Ende dann auch hin, hoffentlich. Denn wir wollen dann den ersten Rang mitnehmen mit dem Solo-Rundensieg. Genau. Ähm, ansonsten Frankreich weiterhin so ein bisschen stagnierend. Sie haben jetzt endlich Santiago eingenommen heute. Sonst keine weiteren Einnehmungen dort. Ähm, Grönland hat Moralprobleme. Und Dänemark gibt es noch. Ungarn ist weiter inaktiv. Und ich glaube, hier drüben gab es irgendwie nochmal einen Zeitungskrieg. Da hat irgendwie, ähm, Persien hier Pakistan besetzt. Und dann war, glaube ich, britisch Matras noch irgendwie beteiligt. Die wurden auch besetzt jetzt. Ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht ganz, was da gewesen war. Und wir haben Post bekommen aus, äh, New South Wales. Und jetzt ein freundliches Hallo, das ich noch nicht beantwortet habe. Denn der Grund ist, ich möchte nicht unbedingt direkt klar machen, dass wir hier auf Solo-Sieg gehen. Weil deren Vorschlag wird dann vermutlich sein, hey, Koalition. Denn die haben eine, ähm, hier und zwar, ähm, hier und zwar, äh, wo ist die? Uh, die haben irgendwo eine Koalition. Hier unten, genau. Der, die Australian Continental Coalition. Und die wäre zwar attraktiv genug. Also es gäbe keinen Grund, das nicht zu tun. Wenn gleich natürlich für uns vielleicht bessere Koalitionen, äh, in Frage kämen, wenn wir sie denn wollten. Aber wenn ich jetzt ablehne, dann werden sie sofort wissen, okay, wir sind ein Gegner für die Zukunft. Sie werden sich dann vermutlich noch ein paar PET schnappen und Hawaii. Also, ich sollte das nicht machen, weil dann werden sie sofort wissen, wer ihr Hauptfeind werden wird in der Zukunft. Sie werden andere Leute alliieren. Und das wird es für uns dann deutlich schwerer machen. Das heißt, ich werde erstmal gar nicht reagieren. Vielleicht so ein bisschen leer zurückschreiben. Hey, how are you? Irgend so was mega basic, ne? Damit wir nicht irgendwie schon direkt zeigen, okay, wir wollen Krieg führen. Wir werden Solo-Sieg machen. Das, das zu sagen, bringt uns gerade erstmal nicht viel. Das heißt, wir werden das nicht tun. Wir werden erstmal diese Nachricht ignorieren. Genau, ähm, ja, wir machen also erstmal unser Ding weiter. Ich werde dann morgen alles vorbereiten für die Fabriken. Wir werden nochmal ein bisschen Stahl kaufen. Auch Holz wird gebraucht werden. Ist sehr teuer gerade wieder. Stahl ist schon bei 30 angekommen. Holz geht noch. Da können wir mal ein bisschen was kaufen. Nicht zu viel. So, und dann würde ich sagen, bauen wir echt mal in Mexico City eine Werkstatt. Denn ich habe mich gerade dazu entschieden, doch jetzt Mexico City zu nehmen. Leon und Guadalajara wären zwar auch gegangen, wegen den bereits existenten Werkstätten. Aber ich denke, wegen der Doppelstahlprovinz macht das einfach Sinn. Wir müssen eben wirklich so effizient spielen, wie wir können. Wir müssen alle Doppelprovinzen aufrüsten. So schnell es geht. Denn wir werden nicht gerade überschüttet werden mit Provinzen. Wir werden nicht gerade überschüttet werden mit Siegpunkten. Die müssen wir uns wirklich selbst verdienen. Genau, dann würde ich sagen, war es das von heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.